Zumindest nicht mehr so in dem Maße, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war. Sie ist ja auch durchaus in der Regierungsverantwortung. In Brandenburg beispielsweise ja schon seit zwei Legislaturperioden. Und in Thüringen stellen sie sogar einen Ministerpräsidenten. Gut, da ist die Wahl erst Ende Oktober. In Sachsen war sie Opposition und es ist ja offensichtlich nicht gelungen, die Unzufriedenen an die Wahlurne zu bringen. Hohe Verluste in beiden Bundesländern. In Brandenburg wird es nicht mehr für ein weiteres Regier mit der SPD reichen. Also es wird problematisch und die Linke muss sich fragen, was hat sie falsch gemacht? Was kann sie anders machen, um wieder mehr Wähler zu binden und auch Wähler von der AfD zurückzuholen? Denn sie haben Wähler verloren an die AfD auch. Und Katja Kipping, die beiden Co-Vorsitzenden der Partei Die Linke. Daneben haben Platz genommen Katrin Dannenberg und Sebastian Walter, Spitzenkandidatin und Spitzenkandidat der Partei Die Linke in Sachsen. Nein, pardon, in Brandenburg. Und daneben haben Platz genommen Antje Feix und Rico Gebhardt. Frau Feix, Landesvorsitzende in Sachsen. Und Rico Gebhardt, der Spitzenkandidat der Partei auch in Sachsen. Ein herzliches Willkommen an Sie alle. Herr Rixinger, Sie haben das Wort. Der gestrige Abend war für uns kein schöner Abend. Wir haben deutlich verloren bei beiden Landtagswahlen in Brandenburg und in Sachsen. Und zwar in einem Auswärtsmaß, wo wir nicht einfach darüber hinweggehen können, sondern die Ursachen analysieren müssen und auch die entsprechenden Konsequenzen rausziehen müssen. Die Ursachen sind gar nicht so ganz einfach zu beurteilen, weil wir durchaus Wählerwanderungen in ganz unterschiedliche Parteien haben und auch wenig mobilisieren konnten aus dem Nichtwählerbereich, obwohl wir doch in Brandenburg einige auch aus dem Nichtwählerbereich bekommen haben. Wir hatten zum Schluss durchaus eine Mobilisierungsschwäche. Wir sind mit deutlich besseren Prognosen in die Wahl reingegangen und dann mit einem schlechteren Ergebnis rausgegangen. Das deutet darauf hin, dass wir einfach strukturelle Probleme haben in den Landesverbänden im Osten und wir dort stark darauf hinarbeiten müssen, dass die Partei stärker wird und dass sie wieder präsenter und mobilisierungsfähiger wird. Wir haben natürlich zum Schluss die Situation gehabt, dass es eine zugespitzte Situation gab in Sachsen und in Brandenburg, dass alle, die nicht AfD gewählt haben wollten, mit aller Macht verhindern, dass die AfD stärkste Partei wird. Das hat in der Tat dazu geführt, dass wir in Brandenburg an die SPD verloren haben und in Sachsen sogar an die CDU verloren haben. Also das, was ja ein bisschen überraschend ist, also für die Menschen stand durchaus im Vordergrund, dass sie die AfD verhindern wollten und es uns offensichtlich nicht gelungen ist, das Gegengewicht zu den Rechten darzustellen. Wir müssen ganz sicher neue Wählermilieus im Osten gewinnen. Also wir können uns nicht darauf ausruhen, dass wir dort einen hohen Bestand haben, den wir einfach immer wieder, auf den wir zurückgreifen können, sondern wir müssen neue Schichten gewinnen. Wir hatten eine sehr gründliche und solidarische Diskussion, natürlich der Kürze der Zeit geschuldet im Parteivorstand. Wir sind uns aber auch bewusst, dass wir jetzt nach vorne blicken müssen, insbesondere zu den Wahlen in Thüringen. Und wir darum kämpfen, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln, dass das Amt des Ministerpräsidenten von Bodo Ramelow in Thüringen verteidigt wird und die Partei hier auch eine geschlossene Mobilisierung organisiert. Wir rechnen uns da gute Chancen aus und wir glauben sogar, dass der Ministerpräsidentenbonus in Thüringen der Linken zugute kommt. Herzlichen Dank, Frau Kippe. Ja, das war eine schmerzhafte Niederlage. Und wenn die Verluste so groß sind, gibt es mehr als ein Grund. Aus Zeitgründen kann ich das nur schlaglichtartig andeuten, führe es gerne auf Nachfragen gründlicher aus. Wir haben in zwei Richtungen verloren. Wenn man sich die Wählerwanderung anschaut, in Brandenburg, haben wir einerseits sehr stark an SPD und Grüne verloren, nämlich zusammen 31.000 und 11.000 an die AfD. Und um Strich muss man sagen, wir haben dreimal so viel an SPD und Grüne verloren, wie wir an die AfD verloren haben. In Sachsen wiederum gibt es die Situation, dass wir an CDU, Grüne und SPD zusammen 42.000 verloren haben. Warum füge ich die hier zusammen? Weil es gab in Sachsen den Aufruf, taktisch zu wählen, um eine Regierungsmehrheit ohne AfD zu ermöglichen. Das ist auch zu unseren Lasten gegangen. Wir haben im Gegenzug 29.000 an die AfD verloren. Das heißt, man verliert in zwei Richtungen. Deswegen muss ich vielleicht auch am Ende in so einer Situation, wo sich die Parteienlandschaft neu formiert und aufstellt, auch selber als Partei neu verorten. Und eine Position des sowohl als auch der Ambivalenzen ist in einer gesellschaftlich total polarisierten Situation offensichtlich schwierig. Es gab noch weitere Gründe, die kann ich nur kurz benennen. Der Bundestrend war gerade kein Rückenwind für die beiden Wahlkämpfer, wahlkämpfenden Landesverbände. Die Wähler, die, sage ich mal, traditionell eine ganz feste Bindung an Parteien haben, die werden einfach aus Altersgründen immer weniger. Und hinzu kommt noch, dass wir halt in einem zentralen polarisierenden Fragen ein Image der Unentschiedenheit hatten. In beiden Ländern gab es den Effekt, dass diejenigen, die Parteien, die im Kopf an Kopf rennen mit der AfD waren, also in Brandenburg war das die SPD, in Sachsen war das die CDU, dass die jeweils sehr profitiert haben. Weil natürlich kreiste, also ich habe das selber in Sachsen immer wieder erlebt, Inhalte super, ich bin inhaltlich bei euch. Aber bei dieser Wahl geht es nur darum zu verhindern, dass die AfD in die Regierung kommt. Deswegen wähle ich jetzt Union. Und das meine ich jetzt gar nicht als einen Vorwurf, das ist eine total legitime Entscheidung von Wählerinnen und Wählern. Aber es zeigt schon auch, warum wir nochmal im Gegensatz zu allen Umfragen und allen Exit-Polls im Ende, das so auf unser Kontor gegangen ist. So schmerzhaft der gestrige Abend für uns war und wir das auch sehr selbstkritisch auswerten möchten. Und zu dieser Auswertung gehört auch, das will ich hier ganz klar sagen, wir werden uns über eine Neuaufstellung verständigen, ohne Tabus, ganz klar. Das werden wir direkt nach den Thüringen-Wahlen beginnen. Ich sage aber auch, was uns als Linke jetzt nicht hilft und was den Menschen für und mit denen wir Politik machen nicht hilft, ist, wenn wir jetzt so ein Modell reflexhaftes Blame geben, also reflexhafte Schuldzuweisung oder das Modell Schlachteplatte fahren. Sondern wir haben gleich gesagt, jetzt in den nächsten acht Wochen alles zu tun, was den Wahlkampf in Thüringen unterstützt und parallel dazu eine Debatte zu führen, wie wir uns strategisch neu aufstellen. So schmerzhaft das gestern Abend war, muss man sagen, der Effekt, dass es einen Amts-Aber-Bonus gibt, dass diejenigen, die in einem Kopf-an-Kopf-Rennen sind in dieser Polarisierung, dass die eher nochmal gewinnen, das ist ein Effekt, der hat uns in Brandenburg und Sachsen geschadet. In Thüringen ist es ein Effekt, der zu unseren Gunsten ausgehen könnte. Deswegen ist die Situation in Thüringen eine deutlich andere. Herzlichen Dank. Frau Dannberg. Ja, vielen Dank, dass Sie mir zuhören. Ich möchte zunächst erst einmal all unseren Wählerinnen und Wählern danken, die uns hier ihre Stimme gegeben haben und vor allem auch unseren Wahlkampfunterstützerinnen, den Genossinnen und Genossen und Sympathisanten, die mit uns gemeinsam diesen Wahlkampf bestritten haben. Es war eine intensive Zeit, die wir hier gemeinsam verbracht haben, auch mit unseren Direktkandidatinnen und Direktkandidaten. Das Ergebnis ist bitter. Das ist so und ich mache hier auch keinen Hehl daraus. Ich bin enttäuscht und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Aber in unseren Gesprächen in den Regionen mit den Menschen hat sich das angedeutet. Nicht zuletzt auch, haben wir es ja schon gesehen, im Kommunalwahlkampf und im Europawahlergebnis, dass wir hier nicht mit 18 Prozent einlaufen werden. Also wir haben damit gerechnet, dass es natürlich 10,8 Prozent oder 10,7 Prozent werden. Damit natürlich nicht. Aber es bedeutet natürlich für uns ein weiter So wird es in Brandenburg mit uns nicht geben. Wir werden das aufarbeiten und gemeinsam beraten, sowohl in den Parteistrukturen als auch natürlich in der neuen Fraktion, was zu tun ist. Wichtig für uns sind die Fragen, die wir gestellt haben. Die stehen ja immer noch. Das ist das Thema soziale Gerechtigkeit. Das sind gute Löhne. Das ist das Thema Zugang zu guter Bildung, faire Mieten und der Zusammenhalt dieser Gesellschaft. Die Wahrheit ist eine Zäsur. Das sollte uns allen zu denken geben, was da gestern passiert ist, gerade auch im Hinblick auf die AfD. Herzlichen Dank. Herr Walter. Ja, auch von mir ein freundliches Hallo. Ich glaube, dass es tatsächlich darum geht, dass wir nicht so tun sollten, dass dieses Wahlergebnis vom Himmel gefallen ist, sondern wir befinden uns auch mitten in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, wo es darum geht, rückt diese Gesellschaft weiter nach rechts oder schaffen wir es tatsächlich, diese Gesellschaft weiter nach links zu rücken, also dahin zu rücken, wo wir sagen, hier gelten Menschenrechte für alle. Wir haben gestern, und das muss ich auch immer wieder betonen, gestern ist nichts anderes passiert, als dass wir am 80. Jahrestag des Überfalls Hitler-Deutschlands auf Polen jetzt in Brandenburg eine Wahl gehabt haben, wo ein Spitzenkandidat, der an Hitler verehrenden Filmen dabei ist, der die Opfer des Holocaust dort in diesen Filmen auch mit verharmlost, hier über 20 Prozent geholt hat. Und deshalb ist es nicht nur ein Brandenburger Problem, sondern tatsächlich auch, ich denke, mindestens für Ostdeutschland, wenn nicht sogar für Gesamtdeutschland ein Problem. Und hier muss man deutlich sagen, in der polarisierenden Situation auf der einen Seite zwischen SPD und AfD in Brandenburg konnten wir nicht gewinnen, genauso wenig wie die CDU gewonnen hat und auch deutlich verloren hat. Aber nichtsdestotrotz ist es auch so, dass wir natürlich hausgemachte Probleme auch haben. Du kannst in sechs Wochen Wahlkampf, wir waren viel unterwegs, auch schon davor, aber in sechs Wochen wirklich heißer Wahlkampfphase vor der Landtagswahl kannst du ja nicht verlorengegangenes Vertrauen in kürzester Zeit wieder zurückgewinnen. Und um nichts weniger wird es gehen. Die Frage wird nämlich stehen, welchen Gebrauchswert haben wir denn für die Menschen im Land als Linke in Brandenburg? Und diese Antworten müssen wir geben. Und da, denke ich, müssen wir deutlicher zuspitzen, deutlicher die Themen setzen. Das haben wir in den letzten Wochen getan. Dafür haben wir viel Zuspruch erhalten. Die Frage war, wem gehört das Land? An diesen Fragen werden wir weiter dranbleiben, weil die Linke wird dringend gebraucht. Weil wer tatsächlich eine starke Stimme gegen Rechts haben will und eine konsequente Stimme gegen Rechts haben will in Brandenburg, der muss am Ende auf die Linke setzen. Und dafür werden wir weiter streiten. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Feix. Ja, auch von mir einen ganz, ganz herzlichen Dank an die Wählerinnen und Wähler, die uns gestern ihre Stimme gegeben haben, an unsere wahlkämpfenden Kandidierenden, die ihr Gesicht sozusagen da auf der Straße gezeigt haben für linke Position. Wir hatten wirklich unglaubliche Wahlkampfunterstützung. Und das ist erst mal ein schönes Erlebnis gewesen von dem Ergebnis, so wie wir das gestern eingefahren haben, von 10,4 Prozent, sind wir enttäuscht. Da brauchen wir nicht irgendwie um den heißen Brei rundherum reden. Ein Verlust von über 8 Prozent ist natürlich für uns als Linke in Sachsen verheerend. Was uns zusätzlich noch umtreibt, neben dem starken Rechtsruck, ist, dass man für Sachsen konstatieren kann, dass Mitte-Links-Parteien auf unter 27 Prozent gerutscht sind. Und das ist auch perspektivisch, glaube ich, eine unglaublich schwere Hypothek für wirkliche Veränderungen in Sachsen im Sinne von mehr sozialer Gerechtigkeit und mehr Demokratie, wofür wir ja eigentlich mit angetreten sind. Und ich glaube, dass das Ergebnis insgesamt ein fatales Zeichen für viele Menschen in Sachsen ist, die auch Angst vor der extremen Rechten haben. Und da müssen wir sehr genau gucken, wie wir uns als Linke dort jetzt mit einbringen und positionieren. Ich glaube aber auch, dass es eine linke Partei gerade jetzt braucht. Die soziale Lage erfordert das. Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr ungleich ist, egal ob wir über Arm und Reich reden, über Region. Und ich glaube, wir müssen da auch als Linke in Sachsen mehr noch Binnendifferenzierung in den Fokus nehmen, in den Regionen aktiv sein, für Gebiete eintreten, die von Abwanderung, von Unterversorgung, von Strukturwandel, perspektivischen Strukturwandel betroffen sind. Wir werden auch die kommenden Jahre dafür nutzen, deutlicher zu machen, was es bedeutet, in einer Gesellschaft zu leben, die frei oder freier von Profitdenken ist. Weil ich glaube, dass es Konzepte braucht, also bei den Herausforderungen, vor denen wir gesellschaftlich stehen, die eben anders sind als das Hier und Jetzt. Und wir werden auch sehr, sehr deutlich die Stimme sein für diejenigen, die explizit keine CDU-Regierung in Sachsen mehr wollten, Sozialarbeiterinnen, Pflegerinnen, Mieterinnen, fleißige Kolleginnen vor allen Dingen, die sehr, sehr hart arbeiten gehen, aber die von ihrem Einkommen kaum leben können. Also wir wissen, dass wir Hausaufgaben mit dem Wahlergebnis bekommen haben. Wir werden auch all jenen den Rücken stärken, die Angst vor der Extremrechten haben, egal ob es gar um Projekte um Arbeit oder die eigene körperliche Unversehrtheit stehen. Dafür stehen wir und das müssen wir jetzt sozusagen in der neuen Situation hinbekommen. Und das bleibt unsere Aufgabe. Herzlichen Dank für die Eingangsstatements. Wir kommen zu Fragen. Ach so, die Gugel? Nee. Da wollte sich nicht äußern. Na, da bleibt es noch, oder? Entschuldigung. Ja, gut. Wir kommen zu Fragen. Die erste hat Herr Braun. Ich hatte zwei Fragen. Einmal eine Frage an Herrn Rixinger und Frau Kipping. Hart gesprochen, was hat die AfD richtig gemacht? Und die zweite Frage an Frau Dannenberg. Sie haben gerade gesagt, es wird ein Weiter-so-mit-uns-in-Brandenburg-nicht geben. Heißt es eigentlich klipp und klar, dass Sie sagen, Rot-Rot-Grün kommt eigentlich mit Ihnen gar nicht in Frage? Oder was heißt es, wenn Sie jetzt sagen, ein Weiter-so-wird-das-nicht-geben? Ich finde, dass eine Partei, die so sozusagen durchstrungen ist vom völkischen Nationalismus, die macht nichts richtig, sondern die macht sozusagen alles inhaltlich falsch. Und wenn Sie jetzt aber fragen, was die Wahltaktisch richtig gemacht haben, schon da fällt mir der Begriff richtig echt schwer, den zu verwenden. Aber was sozusagen Teil deren Taktik ist, Sie haben kein Angebot, wie es den Menschen besser geht. Damit knüpfen Sie an einer gewissen Hoffnungslosigkeit, die sich breit gemacht hat, weil die Leute im Osten seit 30 Jahren das Gefühl haben, es passiert nichts. Aber Sie haben das Angebot, wir sorgen dafür, dass es anderen schlechter geht. Das erscheint erst mal realistischer, als dass es für Sie selber besser geht, aber es ist dann sozusagen ein schwacher Trost. Und ich würde sagen, Sie stehen für, also ich weiß gar nicht, ob man das Protest nennen kann, aber wenn es Protest ist, dann für eine der voller Verachtung gegenüber Menschenrechten und voller Verachtung gegenüber der Demokratie ist. Und es ist offensichtlich ein Bedürfnis, dass es richtig wehtun soll. Und das ist, glaube ich, das, was offensichtlich einige daran attraktiv fanden. Ich denke, wir müssen uns mehr die Frage stellen, was wir falsch gemacht haben. Also ich glaube auch nicht, dass wir dafür verantwortlich sind, dass die AfD so stark geworden ist. Wir haben ja nicht quasi den Osten als marktradikales Versuchsfeld benutzt. Wir haben auch den Leuten nicht versprochen, dass es blühende Landschaften gibt. Und wir haben auch nicht dafür gesorgt, dass es einen verfestigten Niedriglohnsektor gibt. Und wir haben auch nicht der AfD nach dem Mund geredet, sondern haben klare Kante nach rechts gezeigt. Die Frage ist, warum diese Strategie zu wenig aufgegangen ist. Ich vermute mal, dass sich die Existenz der AfD verfestigt hat. Und das ist ein viel stärkeres Mal. Natürlich will man alle Wählerstimmen zurückgewinnen, die man eine andere Partei verliert, auch an die AfD. Aber dass es viel mehr darauf ankommt, dass wir den Rest festigen. Und dass wir praktisch deutlich machen, dass der Kampf für soziale Gerechtigkeit, für sozial-ökologischen Umbau und für die Einebenung der Unterschiede zwischen Ost und West gegen die Richtigen geführt werden muss, gegen die falsche Politik, die auf der Bundesebene gemacht wurde, die ihre Regierungen, insbesondere die CDU in Sachsen, verursacht hat. Und das wird ein weiter Weg. Da bin ich mir sehr sicher. Deswegen sollten wir uns auch nicht einfach jetzt in eine Reihe einreihen, alle Parteien gegen die AfD. Das ist natürlich komplett richtig. Aber da gibt es eben starke Unterschiede in den Konzeptionen. Und die Linke muss dort ihr eigenes Profil, das sie auch unterscheidet von den anderen Parteien, stärker machen. Die nächste Frage. Ja, es war noch die Frage nach dem Weiter-sohn. Natürlich kann es ein Weiter-sohn nicht geben. Aber nach dem Wahlergebnis wird es ja so sein, dass Herr Woidke zu Sondierungsgesprächen einladen wird. Und unter Demokraten gehört sich das so, dass wir natürlich miteinander sprechen und Schnittmengen austauschen. Aber darum geht es uns vordergründig nicht. Also wir werden reden. Aber uns geht es eben hier nicht um Koalition oder Opposition. Uns geht es um die Inhalte. Und Herr Walter und ich haben auch im Vorfeld schon deutlich gesagt, wo unsere Schlüsselprojekte sind, die wir für die Menschen hier umsetzen wollen, ob in Opposition oder in Regierungsverantwortung. Und das ist eben zum einen der Privatisierungsstopp von öffentlichen Flächen. Das ist zum anderen die Kita-Beitragsfreiheit. Das ist das Brandenburg-Ticket und, und, und. Und Sozialwohnungen, diese, ja, Schwerpunkte haben wir deutlich gemacht. Und dann werden wir sehen. Herr Kollege mit der nächsten Frage. Zwei Fragen. Auch einmal an Frau Kipping und Herrn Rixinger und an Frau Dannenberg. Die Linkspartei war ja immer das Sprachrohr, zumindest habe ich sie so verstanden, des Ostens. Haben Sie dieses Sprachrohr, haben Sie das so viel für die Menschen verloren, wenn ich sehe, dass 40.000, wie Sie gerade gesagt haben, von der Linkspartei zur AfD gegangen sind. Nein, 29.000. In Brandenburg und in Sachsen. Und Frau Dannenberg, hat Ihnen das geschadet, dass Sie mitregiert haben? Ich bin da ein bisschen unsicher in einer vorschnellen Aussage, weil wir ja in den Umfragen, auch jetzt danach, die meisten Zustimmungswerte haben, dahingehend, dass die Linke die Interessen der Ostdeutschen am ehesten vertritt. Da haben wir mit 26 Prozent einen höheren Wert als SPD, AfD oder auch die anderen Parteien. Also wir werden durchaus als eine Partei wahrgenommen, die die speziellen Interessen der Menschen im Osten vertritt. Offensichtlich war das aber nicht der allein wahlentscheidende Grund. Also es gab andere übergreifende Motive, praktisch andere Parteien zu wählen, denen man in dieser Frage weniger Kompetenz zuordnet. Weil Sie so ungläubig gucken, das ist eine Umfrage, die von Infratest-DiMAP kommt, wo wir also wirklich doppelt so, fast doppelt so viel Ostkompetenz wie der AfD zugeschrieben bekommen haben. Aber wir haben natürlich keine so einfachen Lösungen wie der AfD. Also wir wollen und können das auch gar nicht einfach sagen, naja, wenn man weniger Ausländer reinlässt oder die Migranten wieder heimschickt oder die Flüchtlinge, dann wird alles besser und dann wird der Lebensstandard im Osten verteidigt. Das ist nicht unser Konzept, sondern wir haben schon das schwierigere Konzept. Um aber das schwierigere Konzept, dass man wirklich sich gegen die Mächtigen durchsetzen muss, dass man, wie man jetzt in Berlin sieht, gegen mächtige Konzerninteressen, Mieterschutz und Mietendeckel durchsetzen muss, das erfordert natürlich einen Widerstandsgeist gegen die Richtigen und nicht gegen die Falschen. Und da haben wir offensichtlich zu wenig Mobilisierungskraft gehabt, diese Konzepte in der Bevölkerung zu verankern. Ja, was Regierungsbeteiligung betrifft, ob uns das geschadet hätte. Also wenn man in Regierungsbeteiligung ist, kann man gestalten. Man kann das Land bewegen und das haben wir in den letzten zehn Jahren geschafft, auch weiter nach links zu bewegen. Wir haben die SPD vor uns hergetrieben. Während wir auf der Autobahn 100 fahren wollten, wollte die SPD oftmals nur 70 fahren. Also vieles ist uns gelungen. Aber was uns eben nicht gelungen ist, ist, dass wir deutlich machen konnten, was wir in dieser Regierungsbeteiligung auch durchsetzen konnten. Also man sagt ja immer, tu Gutes und rede darüber. Wenn man sich die Umfragen anschaut, dann wissen 70 Prozent unserer Wählerinnen nicht, was eigentlich die Linke in dieser Regierungsbeteiligung durchgesetzt hat. Also für die Zukunft... Ja, soweit erst mal die Pressekonferenz der Linken zum Ausgang der Landtagswahlen. Wir sprechen darüber mit Holger Schmidt-Denker. Er hat das Ganze mitverfolgt. Ja, Holger, die Linke hat also dieses bittere Ergebnis eingeräumt. Spricht so ein bisschen von strukturellen Problemen davon, dass man neue Wählermilieus gewinnen muss und will auch eine Neuaufstellung. Ja, wie beurteilen Sie diese Selbstanalyse der Linken? Na, wir erleben hier eine zerknirschte Linke, die selbst gar nicht so genau weiß, warum das so schiefgegangen ist. Weil in den ganzen Umfragen war die Linke sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen noch deutlich besser, als es dann an der Wahl ohne der Fall war. Man muss sich Gedanken machen. Man hat natürlich sozusagen verloren, vor allen Dingen deswegen, weil die Leute mobilisiert wurden, die AfD in der Regierung zu verhindern. Das hat den MP-Effekt gegeben in Brandenburg zugunsten der SPD und in Sachsen zugunsten der CDU. Das muss man erst mal verdauern, dass also Wählerstimmen von den Linken direkt zur CDU gegangen sind, wo die Schnittmenge dieser beiden Parteien ja doch sehr überschaubar ist. Trotzdem war es eben dann den Wählern, die die Linkspartei vorher gewählt hatten, wichtig, eine AfD als stärkste Partei zu verhindern. Da muss man ran. Man hofft jetzt auf Thüringen, da ist die Wahl ja Ende Oktober. Da hofft man dann eben auch auf den MP-Effekt, auf den Ministerpräsidenteneffekt. Denn da stellt die Link ja mit Bodo Ramelow, dem Ministerpräsidenten, ob das klappt, wird man sehen. Und die Neuaufstellung, da bin ich mal sehr gespannt. Nach Thüringen soll die auch erst stattfinden. Das ist klar. Ob das dann auch die Personalspitze der Bundespartei betrifft, das hat Frau Kipping, die das ja angekündigt hat, eben noch nicht gesagt. Warten wir mal ab. Einschätzungen von Holger Schmidt-Denker. Dankeschön. Vielen Dank.